Untertitelung des ZDF für funk, 2017 In dieser mehrteiligen Doku-Reihe wollen wir uns nicht an biografischen Daten abarbeiten, sondern eine große Party feiern, die das Leben und Wirken dieses äußerst authentischen und sympathischen Volksschauspielers ehren soll. Sehr schön, ja das gefällt mir. Wir kehren an Orte zurück, die eng mit ihm verbunden sind, zusammen mit Zeitzeugen, die ihm nahestanden. Er ist für mich der Inbegriff eines Urbayern. Ja und bei all dem wollen wir vor allem eins, den Menschen Gustl Bayerhammer kennenlernen. Ja das wird was Schönes werden. Ach Gustl, wir hoffen so sehr, dass du mit einer Maß Bier in der Hand von einer weißblauen Wolke zuschaust und dich vielleicht sogar auch ein bisschen freust. Es war ein tolles Klassentreffen am Wiener Platz in München mit vielen tollen Menschen und alten Weggefährten des, wie man ihn so schön nennt, bayerischen Urvaters. Ganz besonders herrlich ist natürlich diese Szene, wo Schauspielkollege Hans Stadelbauer den Gustl rezitiert. Es war eine liebe Zeit. Die gute alte Zeit, vor Anno 14 gleich gar. Damals regierte noch seine Königin Joheit der Prinz Regen. Ein kunstsinniger Monarch, denn der König war schwermütig. Das Bier war noch dunkel, die Burschen schneiden, die Maut an Sitz haben. Und die Honorationen ein bisschen vornehm und ein bisschen leger. Es war halt vieles noch in Ordnung damals in Bayern, weil für die Ordnung sorgt die Gendarmerie und für die Gerechtigkeit das königliche Amtsgericht. Ja ist das denn der Hans Stadelbauer, der wieder am Start ist? Ja leckofanier, mega geil. Er ist einfach der geilste Typ. Der hat ja, jetzt mal ohne Witz, du hast ja überall mitgespielt. Überall, das hat ja angefangen, wo man reinguckt. Erzähl doch mal was auf. Wann ging es bei dir denn los? 1900, Anfang der 70er Jahre. Aber dann sofort richtig. Und dann durchgehend, durchgehend, durchgehend. Überall, ich habe neulich Schwarzwaldklinik zu Hause bei meinen Eltern. Der ist doch der Stadelbauer, der war denn schon wieder da, das ist ja unglaublich. Dritte Folge, dritte Folge. Ja, ja, der Polizist war es. Ja, ja, ja. Monaco-Franse, Pumuckl, Terex. Das war die erste Szene überhaupt. In Bogenhausen, Mauer-Kirchener-Stasi, kommt der Monaco-Franse mit dem Camaro runtergefahren. Ich als Polizist, stopp, er fuhr Schlangenlinie. Stopp, haben sie was getrunken? Ja, freilich, warum? Einmal einen Alkohol. Der freilich Alkohol. Wie fuhr denn? Meie. Und er zählt ja auf, eine solche Liter Neibassau, das getrunken hat. Und mein Kommentar war nur ein Blick zu meinem Kollegen hin. So, hm, was tun wir denn mit dem? Großartig, großartig. Und natürlich kennst du auch den Menschen, um den es heute geht, den wir ja heute ein filmisches Denkmal setzen wollen. Den kennst du ja auch gut. Ja, sehr gut sogar. Weil er war wirklich ein Mentor für mich damals. Also ich war ein junger Kerl, hab angefangen und so. Und der Gustl hat mir immer gesagt, ja, bot mir dann das Du auch an. Ich hab immer, Herr Bayerhammer, Herr Bayerhammer. Nein, nein, ich bin der Gustl, vor der Kamera sind mir alle per Du. Und dann hat er gesagt, also pass auf, Burli. Burli hat er gesagt, du musst zuschauen und zuhören. Da lernst du so viel, da brauchst du nichts mehr anderes. Schau zu. Und das hab ich auch gemacht. Und ich hatte dann das Glück, zweimal oder dreimal mit dem Gustl zu drehen. Einmal weiß-blaue Geschichten. Dieser Landvermesser. Dann noch einmal, weiß ich aber nicht mehr genau, was das war. Und dann vor allen Dingen noch beim Pumuckl. Ich war ja sein Briefträger. Also ich brachte immer die Post in die Werkstatt. Und auf Weihnachten brachte ich ihm auch eine Backe. Und hab halt gemeint, jetzt gibt es dann ein Weihnachtstrinkgeld. Weil ich, nein, er hat gesagt, ja gut, danke schön, danke schön, hat er gesagt. Und dann hat er sich umgedreht, die Tür zugehauen und durch den Schlag der Tür ist vom Vordach der Schnee runtergerutscht. Und ich war also total belemmert. Aber in der Folge nicht zu sehen mit dem Schnee. Es ist nicht zu, tatsächlich. Und dann haben die das sicher so gedreht. Ja, natürlich. Dann haben sie es rausgeschnitten. Die haben das rausgeschnitten. Wirklich wahr, wirklich wahr. Und dann hat er, nach dem Trinkgeld hat er geschnitten. Wahrscheinlich, genau. Ach, das ist schade. Wahrscheinlich mussten die Zeit sparen. Ich habe ja gesagt, die haben nie was rausgeschnitten. Aber ich war ja... Aber ich habe schon ein paar Geschichten. Ja, ja, ja. Das sind so Kleinigkeiten. Ja, ja, ja. Mir war total mit Schnee. Es war ungefähr so viel Schnee auf dem Vordach. Und es rutschte so runter wie eine Lawine. Ja. Und ich stand so da. Und das ist ja auch eine tolle Szene eigentlich. Warum schneidet man die raus? Das gibt es doch überhaupt nicht. Vielleicht haben sie es woanders verwendet. Da gibt es doch den Film, die Lawine. Vielleicht haben sie da die Szene reingeschnitten. Da musst du aber eine Gage nochmal verlangen. Das geht ja nicht, ne? Ja, herrlich. Aber bezüglich Gustl, Bayerhammer. Gibt es irgendwas, wo man mal sagen kann, das war nicht so schön am Gustl? Du bist narrisch! Selbst wenn, würde ich es jetzt nicht sagen. Aber ich weiß auch, ehrlich gesagt... Das würde ja zum Gesamtbild dazugehören. Ja, aber ich weiß wirklich nichts. Er war immer ein guter Kollege, ein väterlicher Kollege fast. Zu uns Junge hin. Ein väterlicher Kollege. Ja, genau. Das ist die richtige Bezeichnung. Toll. Das ist einfach, einfach toll, toll, toll. Und ein Vorbild. Er war auch ein Vorbild. Und ich habe auch sehr, sehr bewundert seine Aussprache. Und zwar sein Bayerisch. Sein Bayerisch. Und da arbeite ich heute noch dran, dass ich das erreiche. Der klappt auch noch nicht so gut. Nein, 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 manchmal. Aber jetzt pass auf, folgendes. Ich habe ja jetzt im Sommer, August, September, in der kleinen Komödie im Bayerischen Hof gespielt. Und sehr gut gespielt. Also das war eine Hauptrolle. Der weiße Mann hieß das Stück. Und habe schöne Kritiken gekriegt, auch in der Süddeutschen. Und der Süddeutsche, der Journalist, hat mich mit Bayerhammer gleichgestellt im Bayerisch. Ich weiß aber eigentlich nicht recht, ob mir das passt. Oh, ein Lob. Das war der Rüther-Schlag. Ja, das war der Rüther-Schlag, verstehst du? Absolut. Ja, toll. Toller Rüther-Schlag, da kann man auch stolz sein, Mensch. Ich weiß gar nicht, was ich mache, ich bin einfach nur stolz. Ja, das ist großartig. Was ich halt schon oft gehört habe, dass der Beihammer auch sehr viel Interesse hatte für die kleinen Leute. Also der hat sich dann auch oft, also der hat sich in Drehpausen auf eine Bank neben der alte Dame gesetzt und hat sich mit der unterhalten. Absolut, er war ein, er hat sich wirklich als Schauspieler nicht rausgehoben aus der Gesellschaft. Er ist drin geblieben und das hat man auch in seinem Spiel ja gemerkt. Er hat immer menschlich, er war immer menschlich, er hat nicht eine Kunstfigur gespielt, er war immer ein Mensch. Immer. Er hat wirklich keine Gänsehaut. Spätestens da beim Meister Eder, wie er da mit den anderen Leuten gespielt hat, mit der Ernie Singer und so weiter. Das war menschlich, das war so echt. Ja, und das ist das Geile, heute sind doch alle Schauspieler versaut durch ihre bescheuerten Managements, die dann ihre Künstler abschirmen und weiß ich nicht was. Das ist doch alles eine Scheiße heute, sowas ist doch geil. Wirklich, dieses Abschirmen ist natürlich auch eine Sache von Standing und wenn ich schon keine Dreharbeiten habe und nichts verdiene, dann möchte ich gesellschaftlich ein bisschen prominent werden und so weiter. Da kommt der Hansi angefahren, kommt doch mal durch die Ankunft am Set hier, ein Klassentreffen. Hi Hansi, schlag ein Junge. Servus, grüß dich. Grüß dich, grüß dich, grüß dich. Sonst müssen wir zu spät. Pünktlich, halb zwölf, super pünktlich, sehr pünktlich, also pünktlicher geht es nicht mehr. Mir ist schon gar nichts mehr eingefällt, was ich reden soll. Hoffentlich kommt er bald. Ja, hoffentlich löst er mich ab. Übergebe ich jetzt an den Hansi Grausch. Ja, genau, übergeben wir an Hansi. Mensch, das ist ja unglaublich, dass du jetzt hier in die Dreharbeiten fährst. Hans, mach's gut. Der Hansi ist ja auch überall am Start immer. Das ist ja auch heute noch, da waren die ganzen Wiederholungen. Also ich schalte ein und da ist der Hans am Start. Unglaublich. Über die Feiertage, gell? Ja, da war viel. Genau, ich habe Schwarzwaldklinik gesehen. Komischerweise haben die diesmal immer nur den Ludwig auf Freiausfüsten gespielt. Immer nur den einen. Aber jetzt muss ich noch Schnitt machen. Ja, wir machen Schnitt. Wir drehen ja eh noch ein extra Interview mit dem Hansi. Aber es ist so ein tolles Klassentreffen. Hier, da hinten stehen sie auch noch. Alle schwenken mal rüber. Da hinten stehen sie alle. Da geht auch keiner nach Hause. Die bleiben alle hier und wollen noch weiter hier gucken. Das ist einfach echt schön. Und es ist wirklich was sehr, sehr Besonderes einfach. Geil, hat man auch nicht alle Tage. Du hattest ja eine Serie mit dem Herrn Bayerhammer gedreht, die man gar nicht so kennt. Die irgendwie ziemlich in Vergessenheit geraten ist. Die auch, glaube ich, nur einmal ausgestrahlt worden ist. Die heißt... Die wird jetzt aber veröffentlicht zum 100. Geburtstag von PIDAX. Der Bürgermeister. Geh dir nicht so ein Schmarrn daher. Was verstehst denn du unter Kommunalpolitik? Vater, du bist doch der geborene Politiker. Tja, und einer spielt natürlich auch mit bei der Bürgermeister. Der gesamte Hans Stadelbauer, links neben dem Mann mit dem Hut. Es gab auf jeden Fall ein paar Episoden und das war ja so, dass ihr da zusammen gedreht habt. Habt ihr euch noch bei einer anderen Gelegenheit gesehen oder nur dort? Oh, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber ich kannte ihn nicht nur von der Serie, sondern schon vorher. Aber ich glaube, ein Komödienstadl kann sein, dass ich mit ihm gemacht habe. Aber weiß ich nicht mehr genau. Hast du noch Erinnerungen an die Dreharbeiten? Ja, insofern, dass ich da immer noch einen Schrank davon habe. Und zwar haben wir da gedreht in einer Fabrikhalle mit vielen Lastautos drin. Die Firma hat die Müllabfuhr damals in der Gegend organisiert. Und da stand ein schöner Bauernschrank drin und der diente als Werkzeugschrank. Und da habe ich den Besitzer gefragt, ob ich den haben kann. Ich habe gesagt, wenn du ihn bei einem anderen reinstellst, dann habe ich mir irgendeinen Ikea-Scheißschrank hingestellt. Und der war zufrieden. Und der war zufrieden. Und ich habe mir den anderen hergerichtet und abgebeizt. Und der steht heute noch bei mir im Zimmer. Das ist doch toll. Das ist doch cool. Ist es da, wo deine Technik drinsteht? Ja, den kennst du. Einmal war ich mindestens da. Ihr beide kennt euch ja schon, das können wir ja auch mal den Zuschauern erklären. Ihr beide kennt euch ja schon ein paar Jahre und habt auch zusammen gearbeitet. Ich glaube, du hattest mal ein Hörspiel gemacht, wo der Hansi da was eingesprochen hat. Mehrere Hörspiele. Einmal sogar mit Hauptrolle Hansi Kraus. Cool. Wie heißt das und wo kann man das holen? Das können wir einblenden natürlich. Der ewig währende Fluch des Ignaz Aschenbrenner. Kann man bei Ebay unter anderem kriegen, da biete ich es an. Und wer hat bei dem Hörspiel außerdem mitgesprochen? Dreimal dürft ihr raten. Richtig, der Hans Stadelbauer natürlich. Und ich war Ignaz Aschenbrenner, oder? Genau. Ja, ja, genau. Höchstpersönlich. Haben wir den ganzen Tag aufgenommen. Doppel-CD. Ja, und Gustl Beyerhammer, wie war der menschlich oder als Kollege? Wie waren da deine Eindrücke? Der war eigentlich eins zu eins, wie er so auch rübergekommen ist als Kommissar oder auch in unserer Serie. Der war also ein sehr netter Mensch und hat mir auch ab und zu Tipps gegeben, was ich besser machen könnte beim Schauspielern. Und wir haben uns wunderbar vertragen. Und ja, wir haben ja Vater und Sohn gespielt. Also es hat alles gepasst. Man dankt. Danke. Okay. Es ist ja wirklich auch so schön, wenn ein Mensch wirklich ein toller Mensch ist und keiner was Negatives sagen kann. Wir machen das ja auch im Spaß, dass wir ihm sagen, Mensch, erzähl doch mal was Schlechtes oder so. Aber macht ja keiner und kann keiner. Und das ist ja toll. Das ist einfach toll. Wobei, um den Ball nochmal aufzugreifen, also was mir halt immer gesagt wird, er war halt authentisch und nett. Aber wenn er jemanden nicht gemocht hat, das hat er den spüren lassen. Was ja auch authentisch und nett ist. Total, total. Das stämt mich, weil mich hat er das nicht spüren lassen. Sehr gut, sehr gut. Geil, ein richtig gut erhaltenes Pumuckl-Drehbuch. Das würde ich mir am liebsten stibitzen. Wir stehen hier am Wiener Platz und wir haben ja viele Zeitzeugen finden können. Meistens sind es Schauspieler. Wir haben ja jetzt aber einen Herren dabei, der als junger Mann Gussel-Beiheimer beobachten durfte bei Dreharbeiten. Und es waren nicht irgendwelche Dreharbeiten, sondern sogar Pumuckl-Dreharbeiten an der Werkstatt. Wie kam es dazu? Ganz einfach. Ich war damals, ich komme aus Freising, bin der Wolfgang Schnetz, war damals zarte 17 Jahre alt oder 18 und war Redakteur in Anführungsstrichen beim damaligen Domreporter. Das war die Schülerzeitung unseres Gymnasiums. Und wir haben ja auch fünfte, sechste Klassen gehabt. Und damals war Pumuckl gerade in aller Munde. Die erste Staffel war gerade abgedreht. Man hat gehört, es wird eine zweite Staffel gedreht. Es wurde auch viel Geheimnis drum gemacht, wo diese Gewerkstatt war. Keiner hat es gewusst. Ich wusste es damals schon. Und da haben wir gesagt, vielleicht bekommen wir doch irgendwie die Möglichkeit, über die Infafilm, dass wir uns die Pumuckl-Dreharbeiten anschauen können. Und dann haben wir damals ganz hochoffiziell einen Tag frei bekommen vom Domgymnasium. Aber erst nach einer von der Monika Hohlmeier unterschriebenen Ausnahmegenehmigung des Bayerischen Kultusministeriums, dass wir das auch dürfen, dass wir einen Tag schulfrei hatten. Dann sind wir also in die Gewürzmilch, sprich Wiedenmeierstraße gegangen. Und da war dann Pumuckl und die Gummiente am Dreh. Der König hat uns sehr nett begrüßt, der Herr Bayerhammer auch. Und dann hat es gesagt, so, jetzt gehen wir rein in die Werkstatt, aber mei halten. Das war der Herr Bayerhammer. Das war O-Ton. Das war O-Ton, wobei er selber da nicht in der Bergstatt war, denn es kam zu einer Trickszene, was für uns natürlich brutal aufregend und spannend war, nämlich Pumuckl sticht mit der Gabel in die Gummiente. Und wir standen hinter der Kamera. Die Gabel war an einem Holzstecken festgeklebt mit Tape. Und der damalige Sachtrick-Animator, wo ich heute noch rätsel, wer das ist, hat versucht, diese Gummiente anzustechen. Ging aber nicht, weil die Gummiente keinen Widerstand geleistet hat oder eben Widerstand geleistet hat und immer wieder weggeschwommen ist. Sie hat nachgegeben, sozusagen. Sie hat nachgegeben, aber falsch nachgegeben, nicht so, wie man es wollte. Dann wurde das Ganze für eine Stunde etwa unterbrochen und plötzlich kam der Requisiteur wieder mit einer Spraydose. Und wir wussten jetzt nicht, was das war. Wir haben dann damals erfahren, es war ein Bunsenbrenner aus der Dose. Der wurde dann angefackelt und die Gabel wurde glühend gemacht, jedenfalls heiß. Und dann schmollt sich die Gabel aufs erste Mal in die Ente. Und das war auch gut so, weil uns dann der Herr König damals verraten hat, wir hatten nur eine Ente. Also wenn diese Ente jetzt irgendwie blöd ihre Luft verloren hätte, dann hätte man vielleicht wieder eine Stunde warten müssen, wobei ich nicht weiß, wo die Ente her war. Und dann war es so, dann gab es ein paar Szenen mit dem Herrn Bayerhammer. Und der hat gesagt, ich habe es euch schon gesagt, Mund halten, ja nichts sagen. Dann wäre ich bezig. Dann haben wir gesagt, gut, bezig heißt also für die Nicht-Bayern, dann wäre ich so unangenehm. Aber er war es nicht. Er war nett. Er war es nicht, weil wir unseren Mund gehalten haben. Wir haben eher geschwitzt. Es war ein sehr, sehr heißer Tag damals. Es muss also Juni, Juli gewesen sein. Ich war damals noch in der 11. Klasse vor den Sommerferien. In welchem Jahr? 1984. Das ist auch so ein Thema. In Wikipedia und in anderen Social Medias steht drin, es wäre 1985 gedreht worden. Das war es 100 Prozent nicht. Ich war in der 11. Das war kurz vor den Sommerferien. Das kam dann September 1984 in die 12. Klasse. Ab da hätten wir keine Ausnahmegenehmigung mehr bekommen. Und dann war eben das abgedreht. Und dann gingen wir raus in den Hof. Und dann haben wir gedacht, ja was will ich jetzt? Burschen bleibt es da, es gibt Würst. Und dann wurden Bierbänke aufgestellt und ein großer Topf. Dann sind wir gefragt worden, wollen wir Weißwürste oder Wiener? Dann haben wir Weißwürste und Wiener bekommen, die Buben. Und dann hat er sich also ganz rustikal und ganz nett mit uns unterhalten. Der Bayerhammer. Der Bayerhammer. Dann kam die Frau Gläser noch dazu, die Helga Gläser, die damals die Maskenbildnerin war. Und auch damals noch wurde das sogenannte Zinkweiß eingesetzt. Denn er war zwar schon älter als in der ersten Staffel. Aber jetzt musste die zweite Staffel an die erste Staffel angeglichen werden. Und so weiß wie damals war er eben auch da noch nicht. Also die Haare. Die Haare. Er hatte noch recht. Die Koteletten, die Haare. Die waren noch recht dunkel. Die waren relativ dunkel noch. Sie sind schon grauer gewesen. Aber die haben es in der ersten Staffel, hat mir die Frau Gläser verraten, ziemlich gut gemeint mit dem Zinkweiß. Ja, das stimmt. Der schien manchmal sehr, sehr unnatürlich grau. Und jetzt hat er gesagt, müssen wir einigermaßen so den Mittelweg finden. Das heißt, er hatte seine Schieberkappe auf. Das heißt, hier wurde gemacht, der Bart wurde gemacht und die Augenbrauen wurden gemacht. Mehr musste es eigentlich gar nicht sein. Was ja wirklich der Wahnsinn ist. Du hast zwei Drehbücher bekommen. Und da sind ja gerade schon alle ausgeflippt. Wir haben ja so ein kleines Klassentreffen. Der Max Schmidt ist noch da und ein paar andere. Und da sind ja wirklich alle total durchgedreht auf dieses Drehbuch. Und alle wollen sie Kopien haben. Wie kamst du denn an die zwei Drehbücher? Es war einmal die Episode, die gedreht wurde, als du da warst. Die 41 und ich habe die 40 auch noch da. War das original. Die 40 ist ein Knüller für die Zeitung. Passt natürlich zu meinem Beruf. Ach, ein Knüller für die Zeitung. Also waren toll. Das war von einem Mitarbeiter, der mir das letztes Weihnachten einfach geschenkt hat, weil er die zu Hause hatte. Ich weiß nicht, was er noch zu Hause hat. Ich bin froh, dass ich die beiden habe. Habe aber jetzt auch nicht gewusst, dass das wirklich so ein Knüller ist, wie es da vorne drauf steht für alle Anwesenden jetzt, die sehr ganz heiß drauf sind, das in irgendeiner Form zu bekommen. Ich würde auf jeden Fall drauf aufpassen, weil der Schmidt-Max, der ist im Stande, das dann. Der ist schon fast abgehauen damit. Der war schon unterwegs. Aber den haben wir dann noch aufhalten können. Das ist sehr emotional, muss ich sagen, wenn man so nachher nachher aufhören will. Aber die schauen mir schon neu aus. Jetzt habe ich es so gekriegt, gibt es ein Geschenk? Nein, ich steige da nichts. Danke. Freut mich wahnsinnig. Vielen Dank. Also macht es gut. Es ist ganz witzig, dass ich jetzt mit diesem Interview und auch mit dieser Gedenksendung, so kann man es ja fast bezeichnen, ein Kreis schließt nach fast 40 Jahren jetzt, dass ich über diese Dreharbeiten auch den Gustl-Beyerhammer näher kennenlernen durfte. Auch später nochmal, 1991, er hat ja enge Verbindungen nach Freising, wo ich herkomme. Da kannte er die Chefin, leider Gottes jetzt vor zwei Jahren verstorbene, oder fast drei Jahre jetzt schon verstorbene Chefin einer Spedition, die ihn, seine Kinder, wenn man was war, umgezogen hat. Und das war auch seine Anlaufstation, so wurde mir berichtet, wenn er mal von Dreharbeiten kam, wo es nichts zu essen gab. Denn auch das gab es damals noch. Also das große, große Catering hat es damals nicht unbedingt bei jeder Produktion gegeben. Dann hat er also während der Fahrt irgendwo natürlich alles vor Handyzeit angehalten und gesagt, Paula, es hat schon wieder nichts zum Essen gegeben, kann ich bei euch vorbeikommen? Und dann ist er in Freising vorbeigekommen, hat dort Brotzeit gemacht und ist dann heimgefahren. Da kann ich an der Stelle vielleicht eine kleine Geschichte von einem Komparsen erzählen, der mir das berichtet hat, der leider nicht teilnehmen kann. Der Name fällt mir gerade nicht ein, das kann der Petty dann vielleicht einblenden. Der hat mir erzählt, dass es so war, wenn er Komparsentätigkeiten gemacht hat und der Gustl-Beyerhammer war dabei, hat der Bayerhammer immer dafür gesorgt, oder ab und zu dafür gesorgt, dass auch die Komparsen zum Catering dürfen. Weil das war eigentlich nur für die Schauspieler und fürs Team gedacht und da war der Bayerhammer immer sehr nett zu den Komparsen und Statisten und die kleinen Leute am Set und hat sich auch gern mit denen zusammengesetzt. Ja, das stimmt. Das deckt sich auch mit dem, was ich eben in diesem Sommer 1984 erfahren habe. Da hat er gesagt, ihr geht jetzt nicht weg, ohne dass ihr was esst. Ihr setzt euch jetzt da mit uns dazu und das war ja kein großes Team. An dem Tag war nur er da und das technische Team, der Drehstab, mehr war ja da nicht da. Und da entspannen sich eben da schöne Gespräche damit. Und auch 1991, wie ich ihn dann zum 50. Geburtstag seiner Bekannten, Paula Weber-Schäfer, bei uns im Landkreis nochmal sehen durfte, habe ich gesagt, kennen Sie mich noch? Er hat gesagt, nein, ich kenne die nicht. Dann habe ich gesagt, ich war der mit der Gummiente, damals habe ich gesagt, um Gottes willen, sagt er, das geschießt mit dieser Gummiente. Der wusste das, weil er musste ja auch eine Stunde warten, so wie wir. Und wir durften auch damals nochmal nach dem Mittagessen nochmal mit rein und einzelne Szenen sehen, wo er also geschreinert hat. Das war alles sehr, sehr echt. Da war kein lauter Ton, da war auch kein falscher Ton bei dem. Und das habe ich bei ihm eigentlich immer geschätzt. Und als ich dann anfing, Theater zu spielen, wie auch eben seine Bekannte, Paula Weber-Schäfer, war er ja auch noch bis zum Schluss, soweit es ging und der Plan zugeließ, da. Und irgendwann ließ er mal ausrichten, der Bub soll nicht so viel auf der Bühne rumrennen, der soll ein bisschen mal stehen bleiben auch. Also man hat dann auch schon einen oder anderen Rat bekommen. Ich und andere vorher schon. Er war ja bekannt seit den 70er Jahren. Und was vielleicht auch interessant ist, seine Verbindung zu Freising, was ihn immer sehr stolz gemacht hat. Er war Träger des großen Bären. Der große Bär ist der Hausordner nach Haller Freising. Den hat er bekommen, den hat der Berger bekommen, den hat der Klarin bekommen. Ich glaube, der Schmidt Wilde hat ihn auch gekriegt. Also diese ganzen alten Campen haben sich da dann immer, sofern es noch ging, dann auf den Stadtbällen der Stadt getroffen, auf dem großen Ball der Stadt Freising, wo der dann verliehen wurde. Also er hat sehr, sehr enge Beziehungen gehabt, auch über den Karl Obermeier, der ja gebürtiger Freisinger war. Der hat dann auch gesagt, kennst du den Karl? Und dann sage ich, ja. Dann sage ich, ja. Wie der gestorben ist, habe ich gesagt, habe ich Abitur gemacht. Das war 85. Also da ging das los. Für mich war so der Obermeier der Erste, der Alten, in Anführungszeichen, so alt war er ja nicht, der gestorben ist. Und dann ging das so weg. Und was für mich das Bewegendste war, als der Bayerhammer starb, 1993, es war ein Samstag, da hatte ich Karten für unser Asamtheater, da war eine Tourneebühne da mit dem Toni Berger, der Brandner Kasper. Und mich hat die Paula Weber-Schäfer angerufen, ich weiß das noch wie heute, ich habe mein Auto damals gewaschen im Hof, damals durfte man das noch. Und dann hat sie gesagt, du stell dir vor, halt dich fest, der Gustl ist gestorben. Sag ich, was? Ja, der Gustl ist gestorben. Und ich hätte jetzt eine Bitte. Ich muss jetzt den Berger, er weiß es noch nicht, der Toni, den hole ich jetzt ab aus seiner Wohnung da irgendwo in München, ich weiß nicht mehr genau, wo der war, Mosach, glaube ich. Ich hole den jetzt ab. Du gehst jetzt in das und das Café. Und du sagst, die sollen bitte kein Radio anschalten. Und die sollen keinem, wenn die jetzt sehen, dass wir reinkommen, soll keiner auf den zustürzen und sagen, mein Gott, haben sie das schon gehört und so was. Und der Berger muss diese Rolle spielen. Ich sag's ihm dann, wenn der Abend vorbei ist. Und wir saßen dann so als Abschirmmannschaft in diesem Café. Und zum Schluss dann, während der Pause, hat er sich gewundert, dass die Leute alle etwas einsilbig waren. Das wurde mir nachher erzählt. Ich war damals, ich hatte Karten, ich war damals in der Aufführung, aber natürlich nicht hinter der Bühne damals noch. Und zum Schluss dann kam er einmal auf die Bühne und blieb dann weg. Und dann wusste ich auch als Zuschauer, jetzt weiß er es. Boah, das waren echt ganz schön viele Informationen von einem Normalsterblichen, wenn ich das so sagen darf. Kein Kollege von Gustl Bayhammer, sondern ein normaler Zeitzeuge. Und gerade die Geschichten sind ja besonders interessant, weil das ein anderer Blickwinkel ist, als bei Kollegen, die auf einer Ebene mit Bayhammer agiert haben. Von daher vielen Dank für die Geschichten. Und ich sage auch Danke. Es war höchst interessant, wie gesagt, das schließt sich ein Kreis jetzt bei mir nach fast 40 Jahren. Von 84 jetzt bis 2022. Noch eine Frage, kann ich dem Max Schmidt die Drehbücher zurückgeben? Eins, das zweite, das zweite, das zweite kriege ich. Ich hol's mir dann wieder von ihm, er bekommt's in digitaler Form sicherlich von mir. So, an diesem Obststandl aus Pumuckl geht's jetzt weiter. Und der nächste Zeitzeuge ist am Start, es ist Max Schmidt, besser bekannt als Schmidt-Max. Wie Bayhammer ist auch er ein bayerisches Original. Er moderiert unter anderem seit 2003 die Sendung Freizeit im Bayerischen Rundfunk und spielt Rollen in Serien und Filmen. Im August 2012, da wurde er sogar am Set von Hattinger der Chiemsee-Krimi geballedwind. Schauspielkollege Edgar Selge schoss ihm mit einer Gaspistole, die versehentlich mit Platzpatronen geladen war, ins Bein. Er kam mit einer Fleischwunde für mehrere Tage ins Krankenhaus. Aber eins ist mir noch nicht ganz klar. Warum eigentlich Schmidt-Max? Naja, ich glaube, dass das so die bayerische Aussprache ist. Schmidt-Max, mein Vater war Schmidt-Max, mein Opa war Schmidt-Max, mein Urkus-Opa war Schmidt-Max. Also das hat sich so, man hat sich drauf gewohnt an Schmidt-Max. Wie habt ihr euch denn unterschieden dann? Wenn so ein heils Schmidt-Max haben ja zehn Leute Ja gerufen. So was. Genau so was. Ja, wir haben ja ganz viele Zeitzeugen beibringen können für unser Projekt. Und ich habe gedacht, das wäre vielleicht mal interessant, einen nachgeborenen bayerischen Schauspieler hier auch mal dabei zu haben, was der zum Gussel Bayerhammer sagt, wie er ihn erlebt hat und wie er Bayerhammer in der Nachbetrachtung einschätzt fürs bayerische Fach, sage ich mal. Ich glaube, dass man das Fachvolksschauspiel um den Bayerhammer drumherum gebaut hat. Also er war schon einer der ganz großen Volksschauspieler. Der hatte eine unglaubliche Präsenz. Der hatte im Prinzip all das, was man, glaube ich, als Münchner in einem Münchner oder einem Bayer sehen will. Und das war für mich der Bayerhammer. Ruhig, gelassen, souverän, eine gute Stimme, tolle Ausstrahlung, eine kraftvolle Spielart, ganz weich, zart aber auch. Also der hat alles verkörpert. Ich weiß nicht mehr, was ich denken soll. Ich bin ganz durcheinander. Und trotzdem authentisch. Weil es gibt ja auch einen Sedlmayr und da weiß man, der war jetzt ein bisschen schwierig dann vor Ort. Also der Bayerhammer war grunddurch menschlich. Von Sedlmayr höre ich auch schöne Geschichten, aber er konnte halt auch anders. In meiner Wohnung schreie ich so laut, ich schreie, weil ich recht habe. Und außerdem schreie ich nicht. Ja, haben wir denn nichts anderes zu tun? Hab ich dir nicht gesagt? Dass wir ganz vorsichtig miteinander umgehen wollen, gell, Papa? Bayerhammer konnte auch anders, aber das hat dann immer seinen Grund gehabt. Sie bringen mich ganz durcheinander, wie ich eben gequatsche. Also für mich war Sedlmayr ein Schauspieler. Ohne Zweifel ein ganz großer. Und Bayerhammer war Bayerhammer. Ich hatte nie das Gefühl, der spielt mir was vor. Der war es immer. Und das war so der große Blick auf ihn. Extrem authentisch. Das war einer von uns. Mit dem war man wahrscheinlich auch sofort per Du gewesen. Den hätten wir auch gerettet auf der Straße und hätten gehofft, dass das ein völlig unkompliziertes Gespräch gewesen wäre. Ich habe noch eine Anekdote mal erzählen, die dazu ganz gut passt. Ich habe Drehortführungen lange Zeit gemacht und da hat mir eine Frau mal erzählt, dass sie als kleines Kind im Biergarten war. Die war so drei, vier Jahre, ist da rumgetapselt und irgendwo saß da der Gustl Bayerhammer am Biertisch, hat seine Mast in der Hand gehabt, hat gerade getrunken und die Kleine ist dann zu ihm hin und hat gemeint, du bist du der Meister Eder, wo ist denn der Pumuckl? Und da hat er noch so abgesetzt, hat noch das Bad abgewischt und hat gesagt, weißt du, der sitzt jetzt in der Werkstatt in der Schaukel und er schaukelt. Und da war die Kleine glücklich, ist weitergetapselt und er hat auch wieder seine Ruhe gehabt. Und solche Geschichten höre ich halt immer wieder von ihm. Und das wird ihm ja wahrscheinlich öfters passiert sein, oder? Die Rolle Meister Eder, Parade. Das heißt, wann ist er dir eigentlich das erste Mal begegnet als Schauspieler? Weißt du da noch was? War es vielleicht auch Pumuckl dann? Also er hatte ja schon eine große Präsenz auch im Fernsehen, also als Kommissar und so weiter. Es gab ja die üblichen verdächtigen Schauspieler, da war er ja immer dabei. Das erste Mal wirklich präsent war er für mich, war im Theater Bordelkramer. Persönlich gesehen? Persönlich gesehen. Wirklich, noch in der Stammbesetzung, also mit Toni Berger und Fritz Strassen. Also es war großartig, großartig. Er als Petrus, da war er das erste Mal toll. Theater, ist ja nochmal ganz was anderes. Großartig, großartig. Und dann natürlich Pumuckl, klar. Fester Termin, Logo, da ging es dann, da ging es in die DNA über, glaube ich dann. Welcher Jahrgang bist du nochmal? 68. 68. Ja, doch. Jung. Aber Pumuckl im Radio dann auch noch ein Thema. Bevor 1969 die Schallplatten erschienen, lief Pumuckl als Hörspielserie im Radio des Bayerischen Rundfunk. Von 1962 bis zu seinem Tod nur zwei Jahre später war Franz Fröhlich die erste Stimme von Meister Eder überhaupt. Ab 1965 übernahm dann Alfred Pongratz. Als er 1977 starb, da kam erst Gustl Bayerhammer ins Spiel. Und der Rest ist, wie man abgedroschenerweise immer sagt, Geschichte. Ja, ich bin mit Pumuckl insofern aufgewachsen, mit Schallplatten, klar, Pongratz, klar, wo wurde mit Kirschlikör und so weiter, also man hat es ja gehört. Und ich finde, das war ja immer die Schwierigkeit, letztendlich einen Nachfolger zu finden für etwas, der schon so im Gedächtnis ist. Und mit Bayerham war das selbstverständlich. Ich weiß noch, wie ich den das erste Mal als Meister Eder gesehen habe, es gab keine Fragen dazu. Es war alles klar. Ich habe früher, bin ich oft mit Pop nach Acht eingeschlafen. Thomas Gottschalk. Thomas Gottschalk, ja. Ganz genau. Das war eine Radiostimme. Als ich den das erste Mal gesehen habe, im Fernsehen, blonde, lange Haare, ich war so enttäuscht, weil ich hatte ein komplett anderes Bild. Wie? Wie hätte er aussehen sollen in deinem Kopf? Weiß ich nicht, aber nicht so. Das weiß ich auch nicht so. Und bei Meister Eder war klar, so ist er. Genau das ist es. Jetzt ist natürlich die große Frage, es könnte dir ja auch passieren, dass dich Leute auf eine Rolle ein bisschen festschreiben. Du hast ja seit jetzt schon über zehn Jahren einen gigantischen Erfolg, vollkommen zurecht mit den Eberhofer Filmen, die ich ja auch abgöttisch liebe. Die finde ich ja wirklich großartig, aber da bin ich einer von Millionen, was ich ja eigentlich gar nicht sein will. Ich stehe ja immer auf so Underground-Sachen und hier stehe ich jetzt auch mal auf etwas, was irgendwie alle mögen, was mich auch etwas ankotzt, muss ich sagen. Aber es ist insofern schön, dass es dann Hoffnung gibt, dass noch zehn Jahre mehr Filme gedreht werden und das ist halt wiederum auch klasse. Vielleicht ist es ja auch mal so, dass dich in 20 Jahren die Leute ansprechen, immer wieder darum, jetzt hört doch mal auf oder dass du dich dann irgendwann aufregst. Hast du da Angst vor oder glaubst du, du könntest damit entspannt umgehen, wenn man dich denn auf so eine Rolle festschreiben sollte? Naja, ich glaube, man wird nicht so schnell festgeschrieben. Aber letztendlich ist es ja so, dass es das schon zehn Jahre gibt, dafür kann ich ja nichts. Das ist halt so. Normalerweise erledigt sich sowas nach ein paar Wiederholungen, weil der Erfolg wegbleibt. Jetzt hat das immer, immer mehr Erfolg. Ich habe mit dem Uli König einmal geredet, mit dem hatte ich ein paar Mal was zu tun, das ist der Regisseur von dem, das ist ja klar. Ich habe gesagt, du, es war ja jeder stolz dabei gewesen zu sein. Hat es denn auch welche gegeben, wo du danach irgendwie gemerkt hast, das hat dich so maßlos geärgert, dass sie meinetwegen abgesagt haben oder von ihm nicht eingeladen wurden zum Casting oder zum Mitspulen? Dann sagt er, ja, da gab es etliche, weil natürlich will man bei so einem Projekt dabei sein, im Nachhinein. Der Blick Jahre später drauf ist ja großartig, macht einen doch stolz, oder? Also wie Monaco gibt es ja mehrere Beispiele, aber dabei zu sein bei sowas, wo hintenaus dann so eine Nachhaltigkeit erfährt, so eine Wucht und so eine Zeitlosigkeit erfährt, da will man doch dabei sein. 45 Jahre später quasi, das ist doch Wahnsinn einfach. Dass das so lange hält. Man muss auch wirklich sagen, es sind halt dann Klassiker irgendwann, also gerade Pumuckl, das ist wie Pippi Langstrumpf und wie dann auch weiterführend gesagt Krims Märchen. Das ist einfach was, das kann man sich in 50 und 100 Jahren immer noch angucken und das hat einen zeitlosen Wert. Und das ist, glaube ich, schon die Kunst, die auch der Uli König geschafft hat, weil wir haben gefragt, wie hast du es letztendlich geschafft oder hast du darüber nachgedacht, das zeitlos zu machen? Und er hat gesagt, ja, genau darüber habe ich nachgedacht. Also er hat wirklich versucht, Dinge, die die Zeit ganz besonders beschreiben, einfach auszulassen. Ach Wahnsinn, dann war das kein Zufall, sondern das war Planung. Das war schon Planung. Also Autos kommen ganz wenig vor bei Pumuckl. Genau, das ist der Punkt. Und er hat keinen Fernseher zum Beispiel. Und ein Telefon gibt es ja in jeder Zeit sozusagen. Richtig. Also das könnte ja in den 50er Jahren spielen wie in den 90er Jahren und vielleicht sogar heute noch. Also weise Voraussicht vielleicht, ich weiß nicht, ob es letztendlich wichtig gewesen war, aber das sind schon so Gedanken, die man in so ein Projekt auch einfließen lassen kann. Ja Mensch, da habe ich doch glatt noch zwei schöne Links zwischen Gustl-Bayerhammer und den Eberhofer-Film gefunden. Der Eberhofer-Hauptdarsteller Sebastian Betzel, der hat 1992 in dem Film Der Struppi ist weg an der Seite von Bayerhammer gespielt. Wo sind sie? Wie kommen sie herein? Wo ist mein Hund? Und der zweite Link ist der Hund. Der von Bayerhammer sieht dem aus den Eberhofer-Filmen ja irgendwie recht ähnlich, findet ihr nicht? Und war ja klar, der Hans Stadelbauer, der hat natürlich auch schon in einem Eberhofer-Film mitgespielt. Allerdings nicht lange. Zurück zum Wiener Platz, da meldet sich jetzt der Betreiber des Obststandel zu Wort. Der war ab und zu am Stammtisch von den Filzerbäumen im Augustinerkeller. Und so wie er der Meister Eder war, so war er auch privat, ein herzensguter, lieber Mensch. Das ist schön. Du hast ein Kind, oder? Auch wie er da war. Beim Tragen. Nein, da nicht. Ich bin vor dem Stammtisch drin. Vor dem Stammtisch. Aber so wie er war, ein super Mensch. Klasse. Das würden wir gerne, oder? Was für ein schöner Bogen, dass du dann den Stand hast, wo... Wo hier eine Szene gedreht wurde. Hier wurde eine Szene gedreht, tatsächlich. Wussten Sie das? Nein. Ich hatte noch eine kleine Geschichte vom Pumuckl. Ich habe früher Berufsmusik gemacht. Und ich habe ein Klavier daheim gehabt. Und meine Tochter, die hat tagen auch noch Pumuckl angeschaut. Und da gibt es die Serie, wo der Pumuckl auf dem Klavier rumhopft. Ich komme heim. Eingeht Hüse im Zimmer, ohne Ende. Hupft ihr auf dem Klavier rum? Sag ich, spinnst du gar runter? Sagst du, warum denn? Das hat der Pumuckl auch gemacht. Was möchtest du denn sagen? Nix. Herrlich, herrlich. Was möchtest du denn sagen? Ja, gar nicht. Da kannst du nichts sagen. Natürlich nicht. Das ist ein Lacher. Ja, 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 absolut. Ist das nicht großartig? Authentische Zeitzeugen und auch noch spontan. Überhaupt nicht geplant. Wenn wir den ganzen Tag durch München gehen, würden wir lauter solche O-Töne finden. Wahrscheinlich von älteren Menschen, die... Geil. Was für eine Wirkung das hat. Schön. Wie es verankert auch ist. Ja. Letztendlich. In der Kultur. Ja, und auch in München verankert ist. Also muss man so sagen. Generationen. Generationsübergreifend. Und ich muss jetzt nochmal eins sagen. Also die Qualität, die ein Bayerhammer als Schauspieler hatte, diese ganzen Folgen wurden ja nachsynchronisiert. Genau. Und man merkt es nicht, wenn man es nicht weiß. Und du merkst es nicht. Weil doch auf Deutsch ist schwer zu synchronisieren. Ja, ja. Die haben sozusagen, die saßen danach im Tonstudio und haben alles das nachgesprochen, was sie im Film gesagt haben. Also nur zur Erklärung. Das ist so schwer, die Stimmung zu treffen, den richtigen Ton zu treffen. Was für eine Körperspannung. Weil man ist ja, man steht ja manchmal, man läuft ja manchmal. Das ist so. Das ist die hohe Kunst, möchte ich behaupten, von Schauspielerei. Und dann noch die schwierige Aufgabe zu haben, direkt neben Hans Klarin im Tonstudio zu setzen, der den Pumuckl spricht. Und nicht zu lachen. Ernst zu bleiben. Bei all diesem Wahnsinn, oder? Was sagst du? Das haben sie bei Pumuckl ja versucht mit der Rosel Mayer, mit der Alten. Ja. Die hatten dann so, May, der ist hier. Das war eh die Geilste, war eh die Geilste. Bevor sie gestorben ist, sie war schon jenseits von gut und böse und die wollten aber mit ihr das synchronisieren, weil die Stimme kann man ja nicht so einfach nachmachen. Und da hat sie ihren Einsatz immer verpasst. Die hat immer irgendwas gesagt an der total falschen Stelle. Dann haben sie gesagt, gut, Rosel, wir warten jetzt ab, bis alle gesprochen haben und wenn du dran bist, stupsen wir dich an und dann sprichst du deinen Text. Und dann hat sie in der Zwischenzeit vergessen, dass sie diese Sache ausgemacht haben. Dann haben sie so angestupst und sie dann, hey, schubst mich jetzt so. Oh, 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 oh. Aber das hätte ich schon wieder geschmissen. Rosel Mayer ist auch so ein Ding, der ist ja Wahnsinn. Dass er sich synchronisiert, weil er sie so gut nachmachen konnte. Echt? Da hat sie bei Polizei-Prospektion 1 hinter der Kameras, hat er sie nur in ihrer Sprache immer angesprochen. Meier, Rosel, wie geht's? Und dann haben die beide sich ernsthaft in der Stimmlage unterhalten. Den kenn ich. Das ist er. Wer? Der falsche Garsmann. Sie erlauben sie mal, gell? Ich bin der Schreiner. Hier vor der Außenfassade von Meister Eders Stammkneipe geht's weiter. mit unserem letzten Interviewgast für heute. Kurt Rauscher steht neben mir ein absolutes Original. Hallo Kurt, toll, dass du da bist. Ja, freut mich auch hier zu sein. Macht mich auch ein bisschen stolz. Oh, da freuen wir uns auf jeden Fall. Sag mal, wie ist denn deine Verbindung zu Gustl bei Hammer? Also, es hat eigentlich angefangen, als ich in einem Studiobetrieb gearbeitet habe. Dann haben wir ein Motiv eingerichtet hier in Heidhausen. Und dann sagt mein Kollege, der Herbert Schmidt, war das ein Beleuchter? Er sagt, jetzt gehen wir mal davor, machen wir Brotzeit. Dann gehen wir vor. Ich weiß nicht mehr, ob das war, Weißenburger Platz oder so. Dann haben sie da auch gedreht. Nämlich am Pumuckl. Ach. Und der Gustl bei Hammer steht hier draußen, sieht den Herbert und sagt, ja Herbert, was machst denn du da? Er sagt, ja, die Besucher. Und dann gibt es einmal die Hand und sagt, servus, ich bin der Gustl. Und ich bin der Kurt. Und so habt ihr euch kennengelernt? Wir haben uns kennengelernt, ja gut, war jetzt nichts Großartiges. Und später dann hatte ich die Ehre, für Pumuckl und der blaue Klabauter das Zähnenbild zu machen. Und da haben wir dann zum ersten Mal richtig zusammengearbeitet. Zusammengearbeitet. Und das war dann aber ja einige Jahre später, ne? Ja, das war 1991. 91, genau. Weil er kam erst 1994 in die Kinos, aber 1991 haben sie gedreht. Genau. Und war das dann ein bisschen enger da mit dem Bayerhammer? Und wie war das so eng? War das dann nimmer. Der hat drei Träte gehabt. Und dann waren wir in der Wohnung vom Horst Schier. Da haben wir ein Motiv gehabt, wo er im Bett gelegen ist und der Pumuckl, ich muss nach Au, nach Passau, ins Wachau. Aber der hat sich da schon ein bisschen zurückgezogen. Ja, das war nach seinem ersten Herzinfarkt. Ja, genau. Und da hat man auch schon gesehen gehabt, der hat schon abgebaut gehabt. Und das war ja auch der Film, wo er gestorben ist, bevor er sich selbst synchronisieren konnte. Und dann wurde er von Wolf Agfa, heißt er glaube ich, synchronisiert. Äh, Euber. Euber. Wolf Euber. Wolf Euber. Und der hat ihn dann synchronisiert. Und er ist auch ein guter Schauspieler, aber halt einen Bayerhammer zu synchronisieren mit einer anderen Stimme, das kann keiner. Ja, eine große Aufgabe. Das ist eine sehr große Aufgabe. Also wenn das so ist, dann geh halt. Bitteschön. Kinder gehen auch irgendwann aus dem Haus. Warum soll das bei Kobolden anders sein? Und so Bayerhammer menschlich? Ich hab den geliebt. Ja. Ich hab den geliebt. Er war so ein herzlicher und ein grundehrlicher Mensch. Also wenn er was gesagt hat, dann hat er es auch schon gemeint. Ja, super. Wir hören aber nur positive Sachen über Bayerhammer und wir sind auf der Suche. Ja, bei Mono Alimink. Ja, wir sind auf der Suche nach irgendwas, wo man sagen kann, das war nicht so schön. Gibt's nicht. Da wollte mir nix sein. Mei. Das ist so herrlich, oder? Ich liebe das. Endlich mal ein Mensch, der vor der Kamera der Wahnsinn ist und hinter der Kamera auch. Das gibt's nicht oft. Wir sind noch nicht fertig. Vielleicht finden wir noch jemanden, der was sagt. Ah, wer weiß, was da noch alles so ans Tageslicht kommt. Du hast absolut recht, Sebastian. Wir stehen erst am Anfang. Wir haben noch einige Zeitzeugeninterviews geplant. Und das wird natürlich noch sehr spannend, welche Storys da noch ans Tageslicht kommen. Herzlichen Dank auf jeden Fall an den Kurt. Herzlichen Dank. Ich bedanke mich. Aber eine Sache verstehe ich nicht. Vielleicht habe ich auch nur was übersehen, aber Hans Stadelbauer scheint nicht bei Pumuckl und der blaue Klabauter mitzuspielen. Das gibt's doch nicht. Boah, ein richtig genialer erster Drehtag geht zu Ende. Vielen, vielen herzlichen Dank an alle, die beteiligt waren. Im zweiten Teil geht's weiter mit tollen Menschen. Wir besuchen Esteban Kleist und seine Frau Almut. Esteban war Innenrequisiteur bei Pumuckl und sogar auch mal vor der Kamera zu sehen. Außerdem war er für die analogen Special Effects zuständig, wie ihr hier auf seltenen Making-of-Aufnahmen sehen könnt. Wir treffen auch das kleine Hannerl aus der Pumuckl-Folge mit dem Wollpullover. Niki Amann hat noch viele Erinnerungen und erzählt uns lebhaft davon. Wir hoffen, ihr seid beim zweiten Teil wieder dabei. Bis dahin. Fürthi.